Paryanka Bandha, auch genannt Paryanka Bandhasana, die verschränkte Bretthaltung. Paryanka Bandha heißt wörtlich auch das Binden eines Bettes. Und so ist Paryanka Bandha die Ruhehaltung mit gebundenen, mit verschränkten Händen. Und damit eine Variation von Paryanka Sana. Angelina zeigt, wie es geht. Komme in den Fersensitz und beuge dich dann nach hinten. Lass dabei den Brustkorb und den Hinterkopf auf den Boden, wobei das Gesäß auf den Füßen ist. Und dann gibt die Handflächen auf den Nabel, Hände gefaltet. Und das gefaltete Hände, das ist dieses Banda, dieses Gebundene. Und so kannst du hier ruhig entspannen und neue Kraft bekommen.